Schiedsrichter müssen immer unparteiisch sein. Ja, so lautet das oberste Gebot. Sie haben die wichtigste Rolle, ohne Schiris gäbe es keinen Fußball. Aber ein Mann trat das mit Füßen, Robert Holzer. Im Jahr 2005 sorgte er für einen der größten Skandale in der Geschichte des DFB. Holzer kassierte Geld, um Spiele zu verpfeifen. Damit half er der kroatischen Wett-Mafia. Über seine Rolle auf dem Platz sagte er mal. Dass man nur noch äußerlich der Schiedsrichter war, dass er innerlich fast als zusätzlicher Mann für die jeweilige Mannschaft gewirkt hat. Als Spielmacher bezeichnet er sich da. Holzer wurde als Schiedsrichter lebenslang gesperrt. Er darf nie wieder pfeifen. Lasst uns auf diesen Fall blicken. Er hatte große Auswirkungen auf den deutschen Fußball. Und man redet sogar bis heute darüber. Also, los geht's. Vorneweg, dieses Thema ist extrem komplex. Deshalb wird's zwei Teile geben. Hier erkläre ich den Skandal. Beim nächsten Mal rede ich ausführlich über eine weitere Person. Und zwar Felix Zweier. Er ist ja mittlerweile einer der deutschen Elite-Schiris, hatte damals aber seine Finger mit im Spiel. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Alle wichtigen Infos erfahrt ihr natürlich hier. Fangen wir mal ganz vorne in diesem Wettskandal an. Robert Holzer war damals ein junger Schiedsrichter, Mitte 20 Jahre alt. Sportlich lief's top. Im Berliner Verband erkannten die Leute sein Potenzial, sie förderten ihn und er war auf dem besten Weg in die Bundesliga. Menschlich lief's eher semi-gut. Heutzer galt als selbstbewusst und etwas überheblich. So war er eher als Einzelgänger bekannt. Und finanziell lief's auch nicht ganz so gut. Als Student bzw. Azubi, das war er zu dem Zeitpunkt, hatte er relativ wenig Geld in der Tasche. Klar, ein Schiri verdiente damals schon ganz okay, aber bei Weitem nicht so gut wie heute. Vielleicht zog ihn auch genau das in den Abgrund. Die kroatische Wettmafia schleuste jemanden in die Schiri-Gruppe ein. Er sorgte dafür, dass Heutzer mal mit ins Café King kommt. Das war direkt am Berliner Kudamm. Heutzer meinte mal, das Café wurde für ihn wie ein zweites Wohnzimmer. Dort lernte er dann auch den Drahtsier kennen. Ante Schapina. Mit dessen beiden Brüdern manipulierte er Fußballspiele. Sie schmierten Heutzer Honig ums Maul. Er bekam das, was er offenbar suchte. Anerkennung. Auch das Geld beeindruckte Heutzer. Die Kroaten hatten Luxusautos und da bekam er große Augen. Wie eng seine Bindung zu ihnen war, zeigte sich in der ZDF-Doku. Als der Skandal aufflog, stellte er sich diese Fragen hier. Ich frag mich immer, warum oder ... Wie denken die jetzt wohl? Fühlen sie sich von mir verraten? War ich denen vielleicht doch nicht stark genug? Schon ein bisschen Angst. Er dachte wohl wirklich, das sei eine echte Freundschaft gewesen. Stattdessen nutzen sie ihn, davon können wir ausgehen, nur aus. Blicken wir jetzt mal auf die Spiele, die Heutzer verpfiff. Alle fanden im Jahr 2004 statt. Spiel eins, Regionalliga Nord, SC Paderborn gegen den Chemnitzer FC. Vor dem Anpfiff erhielt Heutzer 8000 Euro. Seine Aufgabe, die Paderborner sollten gewinnen und zur Halbzeit schon führen. Genau darauf wettete die Mafia. Aber es ging schief. Er pfiff ein Foul am Strafraum und zeigte auf den Punkt. Elfmeter. Seine Linienrichterin korrigierte ihn und sagte, nee, das Foul war außerhalb des Strafraums. Zähneknirschend musste Heutzer seine Entscheidung revidieren. Zur Halbzeit stand es deshalb nur unentschieden, 0 zu 0. So ging den Kroaten richtig viel Geld durch die Lappen, insgesamt 215.000 Euro. Heutzer musste natürlich sein Geld zurückgeben und da war er schon tief in den Fängen dieser Wett-Mafia. Ich hab mich schlecht gefühlt und, äh… Schlecht? Schlecht, weil es nicht geklappt hat? Weil es nicht geklappt hat. Wie die sich das vorgestellt hat. Und vor allem auch, weil ich mir, wie gesagt, jetzt irgendwie ja berechtigt dann die Vorwürfe anhören musste. Obwohl ich ja eigentlich in der stärkeren Rolle war, dass ich immer noch hätte sagen können, äh, pass auf, das funktioniert nicht, ich kann das nicht. So, nächster Versuch, etwa ne Woche später. Spiel zwei, wieder in der Regionalliga Nord, Wuppertaler SV gegen Werder Bremen II. Heutzer merkte, okay, alleine Spiele zu manipulieren ist schwer, er braucht also nen Komplizen. Vor Gericht hatte er unter Eid ausgesagt, sehr früh jemanden eingeweiht zu haben. Und jetzt wird's wichtig. Felix Zweier, damals war er noch oft als Linienrichter im Einsatz. Vorm Anpfiff erhielt er anscheinend 300 Euro in nem Hotelzimmer, um brenzlige Situationen für den Wuppertaler SV zu vermeiden. So etwas, das im Spiel davor eben noch schief ging. Wichtig ist aber, beide Seiten zu kennen. Zweier gab nie zu, dieses Geld bekommen zu haben. Der DFB konnte ihm dann auch später keine Manipulation nachweisen. Mehr dazu im nächsten Video. Den spielentscheidenden Strafstoß gab's dann auf der anderen Seite des Spielfelds, der Wuppertaler SV gewann. Für die Wettmafia natürlich ein großer Erfolg. So, das nächste Spiel. Regionalliga Nord, Eintracht Braunschweig gegen St. Pauli. Da hatte Heutzer viel Stress. Kurz vor Schluss musste er zwei reguläre Tore von St. Pauli aberkennen. Für diesen Stress bekam er dann nen Flachbildfernseher geschenkt. Ja, kein Witz. Kommen wir noch zum prominentesten verpfiffenden Spiel. Im DFB-Pokal, der SC Paderborn gegen den Hamburger SV. Heutzer bekam 20.000 Euro, dafür sollte der Außenseiter gewinnen. Erst lief's gar nicht gut, der HSV führte schnell 2 zu 0. Und da wusste er, okay, jetzt muss etwas passieren. Wieder hatte er einen Komplizen, und zwar den Paderborner Kapitän Theis Watering. Zumindest hörte Heutzer das, er war sich aber nicht so hundertprozentig sicher. Auf dem Platz gab's deshalb diese Schlüsselszene. Ich hab den Spieler Watering im Vorbeilaufen im Mittelkreis kurz angesprochen und gesagt, Mensch, mach doch mal was. Ich wollt einfach sehen, ist es denn nun wirklich wahr, dass er Bescheid weiß? Ja, der Spieler wusste Bescheid. Kurze Zeit später gab's nen Freistoß, der Ball flog in den Strafraum, und zack, Watering lag plötzlich auf dem Boden, er fiel einfach hin. Ohne zu überlegen zeigte Heutzer auf den Punkt, Strafstoß. Der HSV regte sich tierisch auf, Emil Mpenza beschimpfte den Schiri als Arschloch. Die Folge, ne berechtigte rote Karte. Ab da drehte sich das Spiel. Später pfiff Heutzer noch nen lächerlicheren Strafstoß für die Paderborner, und spätestens da sah man, hm, vielleicht ist da etwas faul. HSV-Trainer Klaus Topmüller schimpfte direkt nach dem Spiel, das sei Betrug gewesen. Ein paar Monate später verlor er seinen Job, und er meinte, dieses Pokalspiel sei auch Schuld daran gewesen. Seine Karriere bekam da nen großen Knick. Ihr merkt, dieser Wettskandal hatte große Auswirkungen auf den deutschen Fußball. Robert Heutzer pfiff erst mal weiter, mal klappte der Betrug. Beim Duell zwischen LR Ahlen und Wacker Burghausen pfiff er nen peinlichen Handelfmeter, der am Ende spielentscheidend war. Aber mal ging sein Plan nicht auf. Beim Duell zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und dem 1. FC Saarbrücken pfiff er auch nen Strafstoß. Aber der wurde dann verschossen. Das waren jeweils Spiele in der zweiten Bundesliga. Mit seinen Pfiffen versuchte er das Spiel jeweils in ne andere Richtung zu lenken. Man probiert natürlich mit kleinen Dingen zu beeinflussen. Vielleicht die Dinge, die wirklich 50-50 zu entscheiden sind, die man je nach Taktik auch so auslegen kann, womit man vielleicht in der Situation weniger Probleme hat, entscheidet man oder fällt man natürlich dann strikt in die Richtung, in die man sie benötigt. Schon heftig. Offenbar bekam er auch ein mulmiges Bauchgefühl. Heutzer erzählte mal, dass er daran dachte, auszusteigen. Der DFB ermahnte ihn nämlich wegen seiner schlechten Leistungen. In der internen Rangliste rutschte er von Platz 6 auf Platz 20. Da hatte er wohl Angst um seine Karriere als Schiri. Wobei, das ist nur ne Spekulation von mir. Finanziell machte er sich zwar in der Zeit die Taschen voll. 67.000 Euro bekam Heutzer, dazu eben noch dieser Flachbild-Fernseher. Aber jetzt mal im Ernst, für so nen Betrag die gesamte Karriere zu riskieren, das ist schon Wahnsinn. Robert Heutzer ging's wohl, so wirkte es von außen um was ganz anderes. Er suchte Anerkennung und fand sie im zwielichtigen Café King. Der Betrug ist am Ende aufgeflogen. Im Januar 2005 kam das alles ans Licht. Wie das lief, wirkte schon fast wie im Krimi. Mehrere Schiri-Kollegen verpfiffen ihn nämlich. Manuel Gräfe brachte den Stein ins Rollen. Er sah eben dieses HSV-Spiel und dachte sich, hm, so nen heftigen Fehler wie beim zweiten Strafstoß passiert Heutzer normalerweise nicht. Dafür ist er zu gut. Merkwürdig fand er das. Also, ab da sammelte er Indizien. Gräfe erzählte mal, er fragte bei Schiri-Kollegen in Berlin rum, ob ihnen was Ungewöhnliches aufgefallen sei. Keine Frage, Gräfe musste da vorsichtig sein. Er bewegte sich auf sehr dünnem Eis. Ein Betrugsvorwurf war ne heftige Anschuldigung und hätte seine eigene Karriere zerstören können. Stichwort Verleumdung. Im Dezember 2004 kam dann Bewegung rein. Ein Assistent von Heutzer vertraut ihm an. Punkt eins, südländische Typen würden mit zu den Spielen reisen. Und Punkt zwei, er hätte plötzlich viel mehr Geld. Seine Freundin bekam einen Verlobungsring, der 1.500 Euro teuer war. So viel Geld konnte ein Student eigentlich nicht auftreiben. Ein paar Tage später traf sich dann Manuel Gräfe mit Felix Zweier. Zur Info, die beiden waren damals noch gute Freunde. Er meinte, für ihn stehe fest, dass Heutzer mit Absicht Spiele verpfeife. So, plötzlich öffnete sich Zweier und meinte, ja, er hätte ein Angebot erhalten, extra Geld zu machen. Da gab's einen Vorfall ein paar Wochen zuvor. Wobei, er gab da nicht zu selbst, Geld kassiert zu haben. Das ist ne wichtige Info. Also, Zweier wurde so zum Kronzeugen. Der DFB wurde informiert, insgesamt vier Schiris halfen dabei. Grundsätzlich war das positiv. Von innen wurde dieser Skandal aufgedeckt, dank des guten Moralkompasses von Manuel Gräfe. Er meinte dazu mal, wenn ein Schiri bestechlich ist, ist der Sport tot. Er hätte deshalb die Pflicht gehabt, etwas zu unternehmen. Und da muss man sagen, Manuel Gräfe ist ein echter Ehrenmann. Lasst uns jetzt noch über die Konsequenzen reden. Robert Heutzer gab den Betrug am Ende zu. Das Gericht verurteilte ihn zu zwei Jahren und fünf Monaten Gefängnis. Ohne Bewährung. Ne heftige Strafe, obwohl er ja alle Komplizen ans Messer lieferte. Unter anderem die kroatische Wettmafia. Neben ihm wurde noch ein weiterer Schiri bestraft. Und das war Dominik Marx. Er manipulierte zwei Spiele. Die Strafe ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung. Dieser Skandal zeigte, wie leicht es war, im Fußball zu betrügen. Deshalb musste der DFB dringend handeln. Zum einen gibt es seitdem ein Wettverbot für Profifußballer, Funktionäre und Schiris. Sie dürfen nicht mehr auf Spiele des eigenen Klubs bzw. Spiele in der gleichen Liga wetten. Zum anderen wurde eine Kontrollinstanz eingebaut. Wettradar heißt sie. Der Wettmarkt wird da genau unter die Lupe genommen. Falls es auffällige Wetteinsätze gibt, wird das dann sofort gemeldet. Dazu gibt's noch in den deutschen Nachwuchsleistungszentren Schulungen, in denen die Talente für dieses Thema sensibilisiert werden. Das Positive daran ist, einen weiteren Wettskandal hat es im deutschen Fußball so nicht mehr gegeben. Zumindest wissen wir nichts davon. Und trotzdem sollte klar sein, dieses Thema ist extrem komplex. Und Wettbetrug im weltweiten Fußball kann man nie komplett verhindern. Passend dazu gibt's ne Doku des ZDF Sportstudios. In Osteuropa gab's völlig skurrile Wege, um mit Sportwetten Geld zu verdienen. Hier ist sie für euch verlinkt. Wie gesagt, über den Wettskandal 2005 gibt's bald noch ein Video. Da red ich dann über die Rolle von Felix Zweier. Bis jetzt hab ich da nur an der Oberfläche gekratzt. Also Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsch ich gut Kick, haut rein und ciao. Ciao. Ciao.